Mein Name ist Maximilian Kraus, ich bin 24 Jahre jung und seit gut 3,5 Jahren freilichlicher Jugend- und Bildungssprecher hier in der Randhaus. Wir Junge wissen am besten, wo in der Sozialpolitik, der Bildungspolitik und der Jugendpolitik der Schulzeit, wo man verbessern sollte und wo man verändern konnte. Ich halte es deswegen für ganz besonders wichtig, dass junge Leute von der Schulzeit, dass sie sich einbringen, dass sie sich für Dinge, die man am ganzen Lieben auch wirklich einsetzen. Ich lade es deswegen jeden ein, Kleinen ins Randhaus zu kommen, etwas zu besuchen, sich selbst die Politik zu interessieren und in der Folge auch einzugucken.